Moin und Herzlich Willkommen wieder bei ABC Live. Dieses Mal aus dem schönen Emsland, aus Haaren und unserem Standort hier an der Heinrichstraße in Haaren-Ems. Wir wünschen euch viel Spaß mit ABC Live. Mein Herzlich Willkommen im BBC-Hörer, mein Name ist Tiamat Rostenhoff und ich bin der Zuständige Gewichtsbeauftragte aus dem Hause Schäffer und betreue die Firma August Brübens Landmaschinen hier am Standort in Haaren-Ems. Moin, mein Name ist Luke Davillo, ich bin hier für den Vertrieb in Haaren-Emmelns zuständig, jetzt speziell für Schäfferlader. Wir konnten vor einiger Zeit Schäfferlader für uns verbinden und sind da sehr stolz. Wir stehen hier bei dem kleinen Schäfferlader den 2028 SLT, ein Sondermodell mit niedriger Bauweise, wo wir ca. eine Höhe von 1,90 Meter und 90 Zentimeter Breite haben für speziell kleine Durchfahrten, niedrige Durchfahrten, alte Stallgebäude, wo sowas gefordert wird. Wir präsentieren euch jetzt den Schäfferlader 8620T, eine Maschine in der Profiklasse mit einem Eigengewicht von bis zu 8 Tonnen. Diese Maschine ist ausgestattet mit einem 122 PS Motor, bietet ein starkes Knickgelenk in der Mitte und eine hintenaufgängende Pendelachse für eine perfekte Standsicherheit. Wir haben hier den Allrounder, den 5680T. Das ist eine Maschine, die in der Landwirtschaft oft eingesetzt wird. Zum Malenladen, Futterwagen beladen, Füttern, optimale Maschine. Ein Teelerarm, da habe ich eine Reichweite von 4,70 Meter und kann im normalen Bereich alles gut erreichen. Bis zum nächsten Mal.